Ich besuche das Seminar Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, da man hier an Bord der Kollegen und Kolleginnen viel erfährt und einen richtigen Einblick in deren Arbeit hat, in ihren Alltag und auch viele Geschichten erfährt, was sie schon erlebt haben, aufregende Geschichten, was sie heute schon erlebt haben, heute eine Stunde bevor wir hier ankamen, hatten die sogar einen Einsatz gehabt, da haben sie einen Segler von der Sandbank hier auf Norderney runtergezogen, der aufs Land gelaufen ist sozusagen und sowas mitzuerleben live ist einfach Wahnsinn. Und ich fand auch sehr gut, dass wir noch einen Einblick in Erste Hilfe bekommen haben, sodass wir auch wissen, was die Seenotretter dann auf ihren Schiffen zu tun haben. Joyce Musik 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 Musik